Hallo Leute, Takeo hier. Die vierte Episode der Eisbrut-Saga Jormax Erwachen ist nun im Spiel und ich möchte in diesem Video wieder die wichtigsten Inhalte vorstellen, die mit diesem Patch ins Spiel gekommen sind. Als erstes bekommt ihr wie gewohnt beim Einloggen während der Episode Zugang zum neuen Story-Abschnitt, der euch auch wieder zurück zur Nieselwald-Küste bringt. Wie erwartet wurde hier die Karte erweitert und euch steht nun hinter der Wolfskreuzung im Norden noch ein weiteres Areal zum Erforschen zur Verfügung. Das ursprüngliche Meta-Event dieser Karte startet auch weiterhin unten in der Schattengrotte, wird dann aber beim Abschluss oben an der Wolfskreuzung zusammengeführt und fortgesetzt. Dabei werdet ihr die Frost-Zitadelle stürmen und euch mit neuen interessanten Gegnern und einem toll inszenierten Bosskampf auseinandersetzen. ArenaNet meinte, dass es innerhalb der Frost-Zitadelle dann zu etwas schwierigeren, mechanisch anspruchsvolleren Kämpfen kommt, aber ich habe erlebt, dass es eigentlich wie immer ist, das heißt alles was rot leuchtet und euch angreift, müsst ihr einfach als Gruppe beseitigen. Nehmt euch jedoch genügend Zeit mit, denn das komplette Meta-Event hat bei mir genau zwei Stunden gedauert und wir sind mit einem riesigen Sorg von Anfang bis Ende in einem Rutsch gut durch die Karte gerauscht. Ich empfehle euch auch für die Tore der Frost-Zitadelle ein paar Flammenböcke der Vereinten Legionen und ferngezündete Sprengladungen von den Kriegsvorräten zu kaufen, damit ihr diese einfach leichter dann aufbrechen könnt. Auch gibt es mit dem Patch neue Beherrschungen im Bereich Synchronisation, Wegstation der Vereinten Legionen. Hier könnt ihr euch den Zugriff zu einer Medizuka freischalten. Ja, das ist eine Bazooka, die an Gegnern Schaden verursacht und zeitgleich Verbündete heilen, Gegner mit Zuständen belegen und Segen verteilen kann. Zudem könnt ihr dann im nächsten Schritt lernen, mit dem Reit hier zusammen unsichtbar zu werden und mit der letzten Beherrschung werden alle Gadgets der Wegstation auf eine stärkere 2.0 Variante angehoben. Während der Story werdet ihr auch die drei neuen Abenteuer spielen können, die der Karte hinzugefügt wurden. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einiges an besonderen Skins zu sammeln, wie zum Beispiel aufgewertete Versionen für die Sturmrufer und für die Knochenhäuter Waffen, es gibt insgesamt 5 neue Tribunen Waffen und 2 Infusionen, die Frost Legion Infusion und eine Otter Infusion. Das wär's dann auch erstmal wieder von diesem Patch gewesen. Was gefällt euch am besten? Hättet ihr das Meta Event etwas anders gestaltet? Schreibt es mir doch in die Kommentare und vielleicht können wir dann ArenaNet noch dazu bewegen, ein, zwei Kleinigkeiten zu tweaken. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020